Auch wenn wir das gerne bestreiten, in jeder Beziehung lauert ein Machtkampf. Selbst wenn wir unterschiedliche Mittel anwenden, trotzdem will keiner verlieren. Na, bist du dir wirklich sicher? Du weißt nicht, was dir entgeht. Ich lobe mich ja nur ungern, aber ich bin ein ganz vortrefflicher und auch sehr erfahrener Ehemann. Daran habe ich auch nie bezwölfelt. Ah, Ansgar, hast du das Geld schon parat? Keine Sorge, Tanja, du kriegst es. Auf Helle und Pfennig. Ich werde es nachzählen. Entschuldige, Baby, das Geschäft ruft. Einige kämpfen um Geld. Um Macht. Oder darum, den anderen auszutricksen. Ich erwarte dich dann in meiner Suite, Ansgar. In deiner Suite? Und sei pünktlich. Unser letztes Date. Vielleicht soll ich mich ja vorher umziehen. Weil sie die Fassade der Überlegenheit krampfhaft wahren wollen. Müsst ihr das ausgerechnet hier austragen? Ich finde, eine Scheinung ist nicht unbedingt etwas, womit man angeben sollte. Und ich dachte, du freust dich, wenn Tanja endlich von Ansgar geschieden ist. Dann ist er auch frei. Und ihr könnt endlich eure großartige Hochzeit feiern. Man kämpft um das, was man verloren hat. Das wolltest du doch immer. Ich habe andere Ziele im Leben, als die nächste Frau von Anstein zu werden. Was soll das heißen? Ich habe die Hochzeit abgesagt. Andere kämpfen für sich selbst, um in Gegenwart des Anderen nicht unterzugehen. Hey. Ist das alles für Tanja? Dein Ex ist ein mieser Erpresser. Ist das alles? Das sind 5 Millionen. Sebastian bestand auf 5%iger Barzahlung. Max Theatral ist der kleine Anwalt. Du zahlst dann ja 100 Millionen Euro? Ansonsten erfährt der Fiskus von meinen privaten Konten in der Schweiz. Immerhin behältst du dein restliches Geld und dann ersparst du eine Menge Ärger. Ich finde, das klingt nach einem vernünftigen Deal. Ja. Vernünftig und nicht ganz billig. Wie lange habt ihr verheiratet? Zweieinhalb Jahre. Du siehst, es lohnt sich. Immerhin weißt du jetzt, dass es mir nicht nur um dein Geld geht? Dann wirst du es ihr geben? Jetzt. Soll ich mitkommen und auf dich aufpassen? Vielen Dank, aber... Weißt du, das würde mich vielleicht daran hindern, ihr den Hals umzudrehen. So. Und dann noch ein Foto von Ansgars Visage, wenn er mir das Geld übergibt. Was guckst du denn so? Hat Lydia mit dir geschimpft wegen der Erpressung? Oder will Ansgar doch nicht zahlen? Dann wird es nur noch teurer für ihn. Kapitalertragssteuer, Vermögenssteuer, Anwaltsgerichtskosten. Er hätte sich eben überlegen sollen, ob er sich mit mir anlegt. Und vor allem hätte er nicht jedem erzählen sollen, dass sie Marias Millionen gehören. Mhm. Ansgar ist eben ein sehr schlechter Verlierer. Aber er kann rechnen. Er wird zahlen. Und warum guckst du dann so traurig? Wir haben gewonnen. Du hast gewonnen. Lass dich von mir nicht stören. Michel! Fünf Millionen. Den Rest habe ich angewiesen. Gib mich alles auf einmal aus. Du gibst also auf? Ansgar, wo ist der Haken? Kein Haken. Ich habe nur was begriffen und dafür müsste ich dir eigentlich dankbar sein. Das ist so 100 Millionen. Das ist eigentlich ein Witz dafür, dass ich Tanja endlich los bin. So, jetzt entschuldigt mich. Lydia wartet. Ich habe dir gerade 100 Millionen abgeknüpft und kann einfach nicht glauben, dass du das so locker wegsteckst. Das ist schon Geld. War doch immer das Wichtigste für dich. Äh, abgesehen von Königsbrunn und der Firma natürlich. Entschuldige bitte. Ganz vergessen, du wurdest dir entärmt. Deine Versuche, mich zu provozieren, sind ziemlich erbärmlich. Aber das warst du ja. Oh, ich... ich werde dir trotzdem verraten, warum ich das so locker wegstecke. Oh, ich kann es kaum erwarten. Dir bleibt man die Frau, mit der ich jetzt glücklich werde. Nur Erinnerung. Ich kriege ein Kind mit Lydia. Du dagegen hast bis ans Ende deiner Tage Tanja am Hals. Weißt du, es kostet 100 Millionen, sich von ihr zu trennen. Das wirst du dir nie leisten können. Und deswegen ist mir das Geld egal. Ich habe Lydia. Du nicht. Und warum heiratet sie dich dann nicht? Wer hat dir das gesagt? Vielleicht will sie nur ihre Freiheit behalten oder... Es reicht einfach nicht für eine Ehe. Was mit Lydia und mir? Es geht dich einen Tag an. Wusste ich doch, dass dich das kränkt. Was ist denn hier los? Ich weiß Bescheid. Kommen Sie denn heute gar nicht mehr ins Beruf? Homeoffice, Frau Dröge. Im Bademantel arbeitet es sich wesentlich entspannter. Ich leite die Post an Walter. Hey, kleiner Kontrollbesuch in der Firma. Es geht um die Scheidung von Tanja und Ansgar. Du weißt, zu welchen Mitteln dein Bruder gegriffen hat. Ich weiß nur, dass Ansgar zahlen muss. Weil Sebastian ihn erpresst hat. Was habt ihr erwartet? Sebastian hat Ansgar mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Mit diesem Geld wollte Ansgar die Lahnsteinbank zurückkaufen. Das wird er nie auf sich sitzen lassen. Wisst ihr schon, was er vorhat? Schon vergessen, wie er Sebastian beim Kauf der Rennbahn über den Tisch gezogen hat? Bei Ansgar muss man mit allem rechnen. Das klingt so, als hättet ihr einen Plan. Nein, das haben wir nicht. Aber wir müssen im Moment extrem vorsichtig agieren. Wir müssen ganz genau prüfen, mit wem wir uns geschäftlich einlassen. Und vor allem, die Familie muss zusammenhalten. Ich weiß, dass du im Moment andere Pläne verfolgst. Aber die Firma braucht dich. Wir haben bereits intern schon ein tägliches Meeting beschlossen. Die Familie war immer für dich da, egal was passiert ist. Immer. Sag mal, was wollt ihr eigentlich von mir? Wir wollen, dass du deinen Job als Marlenes Manager auf Eis legst. Jetzt musst du mal für die Familie da sein. Sag mal, musstest du Sebastian unbedingt erzählen, dass wir nicht heiraten werden? Ich wusste nicht, dass das ein Geheimnis ist. Ach, du wusstest doch ganz genau, dass dein blöder Ex-Mann mir das sofort unter die Nase reibt. Ach so, darum geht es also. Unsere Heirat ist nur ein Trumpf in deinen Händen, den du bei jeder Gelegenheit ausspielen kannst? Mein Haus, mein Boot, meine Frau? Nein, darum geht es natürlich nicht. Aber er hat mich ohnehin schon damit erpresst, dass er meine Konten offenlegt. Musstest du ihm diesen Trumpf auch noch in die Hände spielen? Lydia, ich dachte, das ist eine Sache zwischen uns. Und das soll doch bleiben. Mit wem ich mein Privatleben bespreche, das musst du schon mir überlassen. Ich habe Sebastian noch nicht erzählt, um dir in den Rücken zu fallen. Musst du es ausgerechnet Sebastian erzählen? Ich meine, hey, wach auf. Deinen lieben Sebastian gibt es nicht mehr. Der ist jetzt unter die Erpresser gegangen. Sonst kommt meine Meinung dazu, kennst du. Weißt du, was mich wirklich stört? Du greidest mir Fehler an, die du bei ihm nicht mal sehen willst. Ganz ehrlich, manchmal habe ich den Eindruck, dir liegt noch was an ihm. Sag mal, vertraust du mir eigentlich? Das ist eine ganz einfache Frage, Lydia. Liegt es an Sebastian, dass wir nicht heiraten? Ich habe Sebastian deinetwegen verlassen. Reicht das nicht? Nein. Nein.